Sie interessieren sich für die neuesten Entwicklungen im Bereich Steuerungstechnik, Frequenzumrichter oder auch Motoren und Bremsen? Dann heiße ich Sie am Set der KEB Tech Tuesdays herzlich willkommen. Von hier aus informieren Sie unsere Experten immer dienstags zu den aktuellen Trends in der Antriebstechnik. Über den beigefügten Link können Sie sich zu Themen wie zum Beispiel Geberlose Sicherheitstechnik oder auch die Inbetriebnahme einer KEB CNC-Steuerung anmelden. Ich freue mich schon, Sie begrüßen zu dürfen. Ich freue mich schon, Sie sehen uns beim nächsten Mal.